Luisas Trapezkunst Die Sonne war gerade aufgegangen, und das Zirkus Wunderland erwachte zu neuem Leben, als Luisa, das lebhafte dreijährige Mädchen, ihren Blick auf das schwingende Trapez richtete. Ihre Augen leuchteten vor Begeisterung und Abenteuerlust. Heute war der Tag, an dem sie lernen würde, am Trapez zu schwingen, hoch oben, wo der Himmel die Erde berührt. Luisas Traum, schon immer hatte Luisa davon geträumt, durch die Lüfte zu schweben und die Welt von oben zu sehen. Sie stellte sich vor, wie der Wind durch ihre Haare wehte und sie die Freiheit des Himmels spürte. Das Trapez war für sie das Tor zu einer Welt voller Möglichkeiten und Abenteuer. Die ersten Schritte, mit zittrigen Beinen und klopfendem Herzen trat Luisa unter die große Zirkuskuppel. Die erfahrenen Trapezkünstler begrüßten sie mit einem Lächeln und erklärten ihr die Grundlagen des Trapezschwingens. Luisa hörte aufmerksam zu und versuchte, ihre Aufregung zu zügeln. Dann war es soweit. Mit festem Griff umklammerte sie die Stange und schwang sich in die Höhe. Überwindung und Mut, die ersten Versuche waren nicht leicht. Luisa musste all ihren Mut zusammennehmen, um ihre Angst zu überwinden. Doch mit jeder Bewegung wurde sie sicherer und begann, das Gefühl des Fliegens zu genießen. Die anderen Kinder, Lea, Maler und Paul, schauten von unten zu und feuerten sie an. Sie spürten Luisas Freude und teilten ihre Aufregung. Die kleine Vorstellung Nach vielen Übungen und Ermutigungen war Luisa bereit für ihre erste kleine Vorstellung. Die Musik begann zu spielen, und Luisa schwang sich elegant von Stange zu Stange. Ihr Herz klopfte vor Aufregung, aber sie fühlte sich frei und unbeschwert. Die Zuschauer applaudierten begeistert, und Luisa verbeugte sich stolz. Sie hatte es geschafft, sie hatte ihren Traum verwirklicht. Glück und Stolz, als Luisa wieder festen Boden unter den Füßen spürte, umarmten ihre Freunde sie stürmisch. Sie waren stolz auf Luisa und glücklich, ihr Abenteuer miterlebt zu haben. Luisa strahlte vor Glück und wusste, dass dies nur der Anfang war. Sie würde weiter üben und lernen und eines Tages als großer Trapezsterer durch die Lüfte schwingen. Mit funkelnden Augen und Herzen voller Träume verließen die Kinder das Zirkuszelt. Sie hatten gemeinsam ein neues Abenteuer erlebt und neue Möglichkeiten entdeckt. Und während die Sterne am Himmel funkelten, wussten sie, dass das Zirkuswunderland noch viele Geheimnisse und Wunder für sie bereit hielt.